Das war's für heute, was wir das letzte Mal gemacht haben. Als ich das vor einer halben Stunde erst geschnitten habe. Achso, okay, gut. Ich weiß doch, ich als kleines ADHS-Kentner, ich kann mir das nicht so toll merken. Oh, wir müssen nochmal hinfliegen. Wir sind im Weltall. Ich dachte, wir starten wieder in der Raumstation, wo wir aufgehört haben. Ach komm, die zwei Meter da, die packen wir auch so noch. Das Weltall. Unendliche Weite. Da. Captain Spuck. Captain Spuck habe ich doch schon mal getötet. Der ist da unten wieder am Leben. So eine Scheiße. Wo ist er denn? Da sind zwei und da links sind drei. Ach, ignorier's einfach. Die können uns nix. Wir sind Allmighty, Necromoth Slayer, Wanninblood und so. Aber ich töte so gerne. Ich bin Killerspielspieler. Äh. Ach, fuck, jetzt steh mir. Aber diesmal findest du den Weg, wo du hin musst. Ja, nicht, dass du wieder... Ich wollte gerade sagen, jetzt steh mir wieder vor dem gleichen Problem wie vorher, dass ich nicht weiß, wo wir hin müssen. Aber ich flieg dir diesmal einfach hinterher. Ich bin die Alarm für dich. Ja, hier hinter dem Wrack ist... hinter dem Wrack. Hinter dem Wrack? Nicht hinter dem Smoking? Nein, hinter dem Wrack. Ja, mir fliegt eine Mine hinterher. Was? Hier fliegt eine Mine hinterher? Ja, mir fliegt noch eine Mine hinterher. Ich rette dich. Na wunderbar, dann bin ich verloren. Ja, sieht man ja. Oh nein, verliere mal Kontrolle über den Anzug. Hilfe! Lande, du Sack. Ja, ich habe gerade echt voll die Orientierung verloren. Wie soll ich mich nochmal ausrichten? Ah, okay, hab's. Nee, nicht A. A ist Strafe links. Und? Ach, was? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backboard-Antrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines... Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Lock, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Beinschwerst zu machen. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Meinst du, mit einem Backboard-Antrieb können wir Brötchen backen? Bestimmt. Jawoll. Zumindest Marshmallows. Hell yeah. Auf, gehen wir mal rein da in die gute Stube. So, wo fliegen wir denn jetzt hin? Da, wo wir hin müssen. Check of Energie. Die Karte wird es uns verraten. Kipp den, kipp den. Vorsicht, eine Eonensturm. Da waren wir schon. Die Greeley. Aber da müssen wir hin, weil da diese lustigen Pfeile drauf zeigen. Siehst du? Ach, wir müssen da nochmal hin? Ja, diesmal halt für die Hauptmission. Du hast mir gar nicht erzählt, dass es in dem Spiel Backtracking gibt. Das habe ich dir ungefähr 15 Mal erläutert. Das war Dachasmus. Ach so. Verstehe ich nicht. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis. Hast du überhaupt ein Bier offen? Ich habe einen Kaffee offen. Oh. Einen heißen, leckeren. Kann ich dann davon ausgehen, dass du einen lustigen Becher Kaffee hast, den du einfach aufgewärmt hast vom Aldi? Nein, eine ganz normale Tasse aus der Maschine. Wie machst du dir denn auf? Ohne Milch, ohne Zucker. Wie machst du dir denn auf? Da es Kapselkaffee ist und da ein Loch reingestochen wird bei Nespresso, ist es theoretisch aufmachen. Ja, prinzipiell. Ohne Nespresso. Ich weiß nicht. Ich bin ein Tassimo-Fan. Ah, eine Kreaceur der Automobil. Wir müssen ja wieder da rüber fliegen. Ja, wir können ja mal gucken, wo wir hin müssen. Wo können wir nochmal gucken? Treff die grünen Boxen nicht. Ah, da drüben. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Was ist denn das für ein Mimimi, hey? Irgendwo da drin. Ich eile! Ich fliege! Was hat der denn hier mit Chinesen? Ich sehe hier nichts von Chinesen. Was hast du mit Chinesen? Guck mal, da schwebt eine. Kommt hier gerade ein TIE-Fighter oder was? Ja, total. Wir hätten gar nicht hergebraucht. Hier ist schon einer. Hey, der... Filt da so sein Leben? Was sollen wir denn benutzen? Dann gehen wir da in die Düsen rein. Lass uns brutzeln. Damit hast du ja Erfahrung, ne? Wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit Chinesen abmontieren. Ja, das habe ich dem komischen Tooltip auch schon entnommen. Aber ich suche die ganze Zeit... Chines aktiviertes Symbol. Kloppt. Diese Orientierungs... Ah... Äh... Keine Ahnung. Er hat bekloppt. Ah, da. Ich habe mal Eingang gefunden. Hier ist eine Station. Hier sind Dinge, die man drehen kann. Also... Ja, und hier ist eine Werkbank. Nein, komm mal her. Hier ist eine Kiste mit Inhalt. Wo denn? Denk ich. Äh... Guck halt, wo ich bin. Du siehst doch diesen lustigen... Marke, oder? Ah, da. Wenn ich da bin, dann... B drück, dann... Warte. Da! Ja, ja. Hier drin war eine Kiste mit, ich hoffe mal, Inhalt. Komme! Ach, schade. Hier drin kann man nicht fliegen. Wo ist eine Kiste? Hier ist eine Kiste. Ach so, das Ding. Ach, stell dir vor. Uiuiui. Oh, Medi-Packs. Ui. Das lohnt sich ja. Ne, auch ein kompakter Standardrahmen, wovon ich bestimmt... noch nicht 10 hab' oder so. Oh, und ein Artefakt? Hier hinten in der Ecke. Und das Artefakt? Äh... So, hier hinten in der Ecke. Wo? Also bin ich mal in 100% wieder 0,01% näher gekommen. Yeah! Und siehst du hier ein Artefakt, bin ich bescheuert? Ich hab's bereits genommen, das zählt für beide. Ach so. Behauptest du. Ja, jetzt kommst du raus, wir finden alle anderen und dir fehlt nur noch dieses eine zur Komplettierung deines Safe-Games. Nja, 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 nja. So, ich hab hier gefunden, was wir benutzen müssen. Bist du nützlicher als ich? Ausnahmsweise, Mann. Ach, das sieht ja lustig aus. So, fällt mir hier die Orientierung wieder nicht, so ist besser. So, äh, was da? Ich will nicht, dass sie sich mitten im Flug lösen. Ja, das will ich auch nicht. Hat der grad Arschloch bewirkt? Hm, eigentlich überhört zu haben. Ist alles bereit? Naja, nicht ganz. Wir werden Biele dem Brutaler im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugscheibe aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit vier abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Ich habe einen Gegner gefunden. Oh nein. Ich, äh, suche Solarmodulen. Ich habe einen Gegner gefunden. Er ist tot. Das war ich. Hier ist noch einer. Ach, du lügst doch. Hab ihn. Ich will ihn weiter. Was suchen wir jetzt? Ähm, Satelliten mit Solarmodulen. Äh, Satelliten mit Solarmodulen. Wie sehen denn die aus? Da hinten. Da hinten. Ich sehe was. Ich sehe was. Das ist unser Shuttle, was da markiert ist. Da gehe ich mal davon aus, dass wir wieder rumfahren müssen. Fliegen. Ahnen, fliegen, im schwerelosen Raum ist jetzt, äh, ja. Ich muss sagen, mag daran liegen, dass mir nicht viele Vergleichswerte einfallen, aber selbst von denen, die mir spontan einfallen, bildet doch kein anderes Spiel den Weltraum so geil ab wie das hier. So, das Draußensein. Ja, also das ist auch die einzige Stärke. Also, was heißt die einzige Stärke? Das ist quasi DIE Stärke von Dead Space 3. Die Atmosphäre, nicht der Weltraum. Ja, alles. So, er fliege uns irgendwo hin. Hm, ich wähle. Ah, wir müssen zu, äh, CMS Roanoke. Tja. Geht doch nix über ein schönes Bierchen am Abend. Du hast heute Mittag um drei schon dein erstes aufgemacht. Das war um fünf. Das war um drei rum. Nee. Guck dir den Lok an, das war um fünf. Weil ich ja doch bei unseren Konversationen keinen Lok. Wieso nicht? Glaub ich später nochmal wissen will, was wir für ne Grütze von uns gegeben haben. So, da sind wir daheim. Oder so ähnlich. Wo wollen wir diesmal hin? Darüber. 100 Meter. Darüber. 110. Nein. 90. Ah, ich glaub das ist ein Satellit. Das sieht so satellitig aus. Minimal, hey, sind wieder Minen. Ja, bevor die mir wieder auf den Sack gehen. Du hast nen Sinn. Na toll, die da hinten treffe ich wieder nicht. Das ist doch scheiße. Weil du eigentlich... Nein, weil die Waffe verdammt ungenau ist. So, was machen wir mit dem Ding jetzt? Mal ran. Benutzen. Jupp. Einen Teil gefunden. Cool. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay, mal sehen was ich finden kann. In der Roanoke. Das ist nicht gut. Warum zur Hölle tut mein Zielmarker immer noch den Satelliten ansteuern? Das weiß ich nicht. Aber da drüben fliegt noch einer rum. Wo denn? Ja, folge mir. Ah, ich werd beschossen. Wo war's dagegen? Hab ich. Doch, an einem anderen vorbei geflogen. Ah, der lebt noch. Jaja. Sag doch, du bist absolut austauschbar. Hm. Ich hab einen gefunden. Ich auch. Von der 2. Aber wir sind schon wieder so hässliche Minen. Such mal noch so geheime Räume wie gerade. Hast du schon welche? Sinnlos im Inhalt. Fakte sind nie sinnlos. So. Ich müsste genug Flugschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Super. Und jetzt? Baue alles in ein Navigationsmodul ein, das ich dann an das Shuttle anschließe. Muss nur eine Bank finden. Das sollte aber kein Problem sein. Gehen wir doch zur Sparkasse, oder? Frank. Da. 131 Meter. Wow. Also ich muss sagen, der Sauerstoff war in den bisherigen Teilen aber ein bisschen weniger großzügig bemessen, sodass man ab und zu wirklich mal an Luftstationen musste. Ach was? Stellst du dir ein? Ich hab nur noch 250 Sekunden Sauerstoff über. Das ist absolut knapp. Dann warst du ja schon mal an der Station. Nein, war ich nicht. Ich bin einfach absolut aufgewertet. Arsch. Ich auch noch eine Minute. Ei, ei, ei. Druckausgleich. Scheiße, mir ist fast der Kopf geplatzt. Glaubst du hier sind Gegner? Weiß es nicht. Hier waren auf jeden Fall schon mal welche. Das R is lost. Wer ist heimliche Werbung für die Fernsehserie? Hast du die mal geguckt? Nö, nicht wirklich. Ich auch nicht. Hat mich irgendwie so nicht... Nee, hat mich nicht mitgenommen. Mich auch nicht. Eine Anzugstation. Ich muss mich kurz umziehen. Denn ich hab ja was neues freigeschaltet. Oh, wie hast du das denn getan? Oh, wie hab ich das wohl getan? Indem ich mit nem USB-Stick mein Mars Effect 3 Save von der Xbox aufm PC kopiert und in den entsprechenden Ordner geschoben habe. Um somit das Spiel zu verarschen, damit es denkt ich hätte Mars Effect 3 aufm PC. Oh nein, wie gewitzt du doch bist, Gumbulum. Schön, das von dir zu hören. Ich weiß. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, im Vorfeld diese Worte zu wählen. Jetzt laufen wir im Partner-Look rum. Ja, du Scheiße. Nur, dass meiner viel Shepardiger aussieht als deine. Meiner ist, ähm... Ich bin Commander Isaac Shepard. Und ich würde jederzeit wieder das grüne Ende wählen. Ja, Synthese war toll. Vor allem im Directors Cut. Guck mal, meine Farben sind viel toller als deine. Ach, ich geh auch noch mal umziehen. Watt, was willst du denn jetzt hier anziehen? Du willst nur nicht aussehen wie ich. Richtig. Aber Rück-Upgrade ist nicht mehr drin. Hab alles auf Maximum. Das ist Blade. Sicherheitsanzug. Archäologenanzug. Eliteanzug. Wir haben vier von drei Flugschreiberteilen. Ja, wenn du noch welche aufhebst. Arktischer Anzug. Special Forces Anzug. Was soll ich denn? Eva-Anzug anziehen. Ach, mein Bot ist ja auch zurückgekehrt. Ach nee. Auch wenn ich dann Gefahr laufe mit dir verwechselt zu werden. Was ich in keinster Weise mit mir vereinbaren kann. Joa. So. Wir sollten jetzt alles aneinander. Jetzt auch. Götzretter. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen. Nein, Robert. Wir fliegen zum Planeten. Ellie. Ich weiß, dass alles so angefangen hat. Aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster umsehen. Wenn nicht wir, wer dann? EarthGoth gibt's nicht mehr. Robert. Nur wir sind übrig, die das schaffen können. Und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, das ist Wahnsinn. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du sagtest, abschalten. Und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Käpt'n, wir müssen es versuchen. Aber eine Moterei ist das Nächste, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Mann, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance, um die Erde zu benutzen. Wir können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle-Stab gleich. Ich bin unterwegs. Ach ja, es ist nicht schön, wenn sich die Führung streitet. Geh weg davon. Ich war's. Wunderbar. Okay, nehmen wir weiter, Max. Das Navigationsmodul ist installiert. Moment. Ich bekomme keine Licht. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als nähere sich unser Flugfenster holt. Komm an, Rob. Du, dürfen wir jetzt endlich das Raumschiff betreten, das wir die ganze Zeit reparieren? Tja, rein in die guten Stube. Na komm, geh auf. Ich taufe dich auf den Namen CMS-Locust. Loco. Ich freue mich auf dich zu sehen. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren. Oder? Unser Fenster kommt gleich. Weder jetzt oder nicht. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre verständigt. Tu mir einen Gefangenen. Such die Druckanzeige auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Dann löse mal das Rätsel. Ich soll ein Rätsel lösen? Okay, ich denk mal, das muss da irgendwo rein. Und umgedreht werden. Japp. Oha, da ist noch was. Das da bestimmt auch. Steck's rein. Los. Oh ja, es ist drehen. Und jetzt drehen. Das war ja ein knackiges Rätsel mal wieder. Absolut. Ich muss erst mal Pause machen. Meine Gehirnentwinnungen sind auch total überfordert. Was gibt's denn hier? Oh, wie viel? Lass noch sehen. Nerfige Menschen. Wieso hat diese schwarze Frau kurze Haare? Klatze. Geschütz offline. Das ist nicht gut. Wer ist offline? Aktivieren. Das Geschütz. Ach so, das Geschütz. Ja. Ich will aber ran. Ich will rumballern. Was passiert denn, wenn ich da jetzt auf Start drück? Dann starten wir. Darf ich? Mach mal. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja, zünd den Knaller. Zünd den Knaller. Oh, du setzt dich. Solche Interaktionsmöglichkeiten habe ich in Dead Space bisher vermisst. Mühle benutzen, was essen, etc. Mal ordentlich eine Stange Lehm aus dem Rücken drücken, ne? Ja, richtig. Richtig. Und jetzt? Jetzt sitze ich. Kann ich auch noch hinsetzen? Ah. Komm hier ans Geschütz. Und jetzt? Geht's dann weiter, wenn du endlich mal an diesem Scheiß-Geschütz sitzt? Ja, ja. Ich hab grad eine Sequenz. Ah, ja. Wird das Steuern? Ja, du musst steuern. GTA Space? Waren's Left Space? Ich kann ja wirklich ein Stückchen weit steuern. Oh je. Du musst Dinge zerschießen. Hätte ich mich nicht lieber ans Geschütz setzen sollen? Ja, zerschieß doch mal das Ding davor und ich seh die ganze Zeit nur dein Fadenkreuz rummachen. Du musst die Minen zerstören und nicht das... Oh, ich komm mir vor wie Luke beim Angriff auf den Todesstern. Kann ich mich auf die Macht verlassen und mal hier diese Scheiß-Computer-Scheiße ausschalten? Raki oder Obi-Wan. Da ist ein Stückchen Raumschiff. Ja, das ist mir egal. Ich will die Minen zerstören. Da sind ganz viele Stückchen Raumschiff. Oh, meine Fresse. Das ist hier grad schlimmer als Moorhuhn. Das ist hier grad... Ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Unterschied macht, wenn ich lenke oder ob das nur Makulatur ist. Aber es macht Spaß. Mensch, mach das doch mal richtig. Das ist ja schrecklich. Trotzdem das viele. Ey, das sind so viele grad. Das geht nicht. Das ist drauf ausgelegt, dass man da mal verfailt. Zehn Sekunden bis zum Eintritt. Ach, das war's schon? Ich glaub nicht. Ich war nie gut in Geometrie. Da, richtiger Winkel, richtiger Winkel, richtiger Winkel, richtiger Winkel. Trümmer, Trümmer. Weg. Die Trümmer sind weg. Mach ich kaputt. Ah, es hat uns getroffen. Kursabweichung, Kursabweichung. Wir wurden getroffen. Das ist geskriptet. Ich bin wieder drin. Ah, ich bin schon wieder irgendwo durchgeflogen. Da war ein Felshacke. Ich hab... Hier. Ah. Was? Ah. Mach doch mal die großen Trümmer weg. Kursabweichung. Nicht gut. Ah. Die Abdeckungen lösen sich. Ja, ist schön. Das wird ungericht. Die Köln-Temperatur ist weit im roten Bereich. Wir kommen zum Steilwein. Wir brauchen Großkorrektur. Unmöglich, wir verlassen unser Fenster. In diesem Winkel werden wir das Fenster nicht schaffen. Die Köln-Temperatur. Naja, weg du Fenster. Die Köln-Temperatur. Ich weiß jetzt auch nicht, was er will. Ich bin aber wieder auf Kurs. Sehr gut. Wenn du jetzt mal schaffst, die Trümmer alle zu zerstören, funktioniert das hier auch besser. Ich hab schon Risse in der Scheibe. Na wunderbar. Ja, das ist geskriptet hier. Au! Behauptest du? Um dann eines Versagen zu kompensieren. Richtig. Als ob mit Deathbase jemals irgendwas geskriptet war. Verdammt. Wir haben nur noch ein grünes Lichtchen. Ich hab da einen zerrissen, oder? Ja. Und wir haben ein Loch. Eli hat mehrere. Heute sind wir wie das Niveau. Ich bin Tatsachen, Junge. Was mach ich denn jetzt hier? Du musst da hinten, glaub ich, die Sauerstofftanks wieder neu justieren. Irgendwie sowas. Hab ich. Sehr gut. Den spiel ich gut. Dann gehen wir wieder an deine Steuerung. Wieder mal hab ich den Tag gelettet. Ich hab mich liefern bekommen. Weltraumass. Echt jetzt? Ja. Den hat er auch noch zerrissen. Wenigstens das dafür, dass er Eli vögelt. Ui. Das ist nicht der. Achso. Dann hab ich den wieder verwechselt. Und wir müssen zum wieder... Wir sind also gerichtslos. Der jetzt auf jeden Fall. Nicht so hoch. Oh. Hier. Bergen. Ja. Ich kann wieder ausweichen. Ne, hoch. Bisschen weiter hoch. Bisschen runter. Bisschen nach rechts. Bisschen nach da. Mittendurch. Bisschen nach runter. Autsch. Ob du auch ganz teckisch Dinge dich abschießen kannst. Ich komm mir grad so nutzlos vor. Ich hab hier den puren Stress. Bin ich tot? Dein Partner ist gestorben. Ja, du bist tot. Weil du mich abgeschossen hast. Ja, genau. Ich schieß dich innerhalb des Schiffes mit dem Schützer, das außerhalb montiert ist. Ja, Querschläge. Ich hab hier diesmal keine Quadrate, die ich durchfliegen kann. Das stresst mich. Das du nicht? Ja, ich bin viel zu tief. Ich komm zu tief rein. Ja. Ich bin ungeeignet, ein Raumschiff zu fliegen. Merkst du jetzt erst. Ich war froh, dass du den Mass Effect Choker hattest. Ja, ohne Scheiß. Der mit seinen Glasknochen wär hier aber auch verloren. Der willst ja auch besser fliegen. Also, ne? Der hätte die Norm und die 3 hier durchgebracht. Das hättest du kaum geglaubt. Ey, du hast es gepackt. Ich hab's wieder irgendwas gerammt. Ja, toll. Trotzdem. Mach's gut, Ellie. Wieso kann ich nicht dich verlieren? Weil du dann verloren wärst. Verloren! Das stimmt doch überhaupt nicht. Doch. Ich hab dir eben voll den Arsch gerettet. Wie immer. Hey, du wachst auf! Aber er freut mich, dass du überlebt hast. Danke. Ja, gerne. Von dir sieht man ja nix. Doch, da bin ich. Doch, da bist du. Oh, es schneit. Sind wir etwa auf dem Prolog-Planeten? Ja, das war das Ziel, der Prolog-Planet. Ah ja. Weil da der ganze Markheim Mist begann. Cool. Dann würde ich sagen, wenn wir hier angekommen sind, beenden wir die Aufnahme und machen in einem späteren Teil weiter. Einverstanden. Wann denn? Sehen wir dann. Achso. Okay. Ja, klar. Natürlich. Ja, klar. Sagin. Okay. Jetzt mal. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020